Moin moin und hallo ihr Lieben, schön dass ihr da seid. Heute freue ich mich ganz besonders darüber, euch begrüßen zu dürfen, denn ich darf einen Test durchführen. Einen Test über ein Produkt, was bei mir viele Fragenzeichen aufwirft, denn es ist sehr, sehr interessant und spannend und ist nicht das, was man als erstes erwarten würde. Es handelt sich dabei um diesen LG GP9 Gaming Speaker, also einen Gaming-Lautsprecher. Und wenn ich an Gaming denke, dann habe ich nicht sofort einen Lautsprecher im Sinn, denn ich denke natürlich daran, dass ich ein möglichst immersives Spielerlebnis haben will. Dafür brauche ich einen leistungsstarken Computer, dafür brauche ich einen reaktionsstarken Bildschirm und natürlich auch etwas, was mir die akustischen Informationen vom Spiel auf die Ohren bringt, wie zum Beispiel ein Gaming-Headset oder zumindest ein Kopfhörer oder sowas. Und nicht unbedingt ein Lautsprecher, aber die Jungs und Mädels von LG Electronics haben sich gesagt, nö, wir haben die Bedürfnisse von Gamerinnen und Gamern auf dem Schirm und wir kriegen das hin. Und es sei sogar möglich, mit diesem Speaker richtig orten zu können. Also wirklich die Steps in einem First-Person-Shooter mitzubekommen, damit man eben auf die Bereiche, wo möglicherweise der Gegner ist, den Fokus legen kann. Das ist ja sehr wichtig. Oder auch für andere Genres kann man hier den Modus wechseln, dass man irgendwie einen breiten Sound-Eindruck bekommt und so weiter und so fort. Klingt für mich super spannend. Achso, eine Sache habe ich vergessen. Es sei auch möglich, wenn man natürlich kein Headset benutzt, dass man auch kommuniziert. Also hier ist ein Mikrofon drin, das werden wir auch mal überprüfen, wie gut das funktioniert und wie gut das klingt. Und ja, jetzt bin ich schon etwas vorgeprescht. Also ich habe mir ein paar Tests überlegt, wie wir das Ganze hier untersuchen können, was das Teil so kann und was es taugt. Ich finde es spannend. Bleibt dabei. Am Ende gibt es natürlich ein Fazit und ich würde sagen, wir fangen erst mal Step-by-Step an. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist audiomäßig eigentlich wichtig fürs Gaming? Die Anforderungen von Audio-Devices im Gaming. Und ganz rudimentär würde ich sagen, dass die Spiele natürlich möglichst realistisch klingen sollen. Das heißt, dass das Audio-Device möglichst realistisch die Daten wiedergeben kann. Selbstverständlich muss auch die Ortung innerhalb des Spieles möglichst präzise funktionieren, damit ich eben auch die Gegner orten und fokussieren kann. Und zumindest bei Multiplayer-Titeln muss die Kommunikation über die Sprache gewährleistet sein. Das heißt, entweder ist ein Mikrofon integriert oder es gibt einen Mikrofoneingang. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was spricht überhaupt für Lautsprecher? Was spricht gegen Headphones? Und umgekehrt, also kommt jetzt die Kategorie Lautsprecher vs. Headphones. Lautsprecher vs. Headphones. Fangen wir mit den Lautsprechern an. Lautsprecher regen den Schall innerhalb eines Raumes an. Daher habe ich auch einen großen Raumsound. Das ist natürlich auch gut, wenn ich Gäste habe. Alle können direkt hören, was passiert. Bei einem Lautsprecher bin ich nicht mit einem Kabel vor dem Bildschirm gefesselt und kann mich natürlich frei bewegen. Dafür benötigen Lautsprecher aber natürlich einen festen Platz. Der Wechsel zwischen Kopfhörern und Speakern ist oftmals umständlich. Außerdem wird ein zusätzliches Mikrofon benötigt. Weiter geht's mit den Kopfhörern. Kopfhörer bieten ein immersives Mittendrin-Gefühl. Die Ortung ist meistens sehr präzise. Headsets haben das Mikrofon quasi direkt am Mund. Allerdings können Kopfhörer nach einer gewissen Zeit drücken, heiß werden, schwer werden und dadurch stressen. Außerdem sind Kopfhörer oftmals für Brillenträger ungeeignet. So, wir kurbeln das Band nochmal zurück und fangen erstmal damit an, dass wir den Speaker auspacken und schauen, was dabei ist. Geliefert wird der Lautsprecher, ein Netzkabel, ein USB-C Anschlusskabel und ein Quickstart Guide. Okay, dann schauen wir uns den Lautsprecher mal im Detail an. Es gibt vorne pro Seite zwei Lautsprecher. Man kann es hier nur schämhaft sehen, aber ich glaube, es geht. Dann haben wir natürlich diese RGB-Beleuchtung, die ich farblich ans jeweilige Setup anpassen kann. Und oben sind die Bedienelemente. Es gibt einen An- und Ausschalter, einen Input-Selection-Button, dann einen Knopf für ein externes Headset, dann hier den Lautstärkeregler und da ist auch der Mute-Button fürs interne Mikrofon zu finden. Und dann habe ich noch drei Knöpfe für verschiedene Soundmodi. Hier einmal First-Person-Shooter, dann Realtime-Strategy und ein Equalizer-Button, den ich eigens definieren kann über die LG X-Boom-App. Eben über Smartphone, das finde ich ganz cool. Auf der Rückseite habe ich die Bässe. Links und rechts. Und eine Klappe. Diese Klappe mache ich jetzt mal auf. So, die Klappe ist auf und dahinter verbirgen sich die Anschlüsse. Einmal für Strom, für USB, ein Optical-In, ein Reset-Button und ein Aux-Out. Und hier gibt es noch den Anschluss für ein externes Headset. Ausgepackt ist es, ich will hier zocken, also schließen wir die Box jetzt mal an. Bevor es ans Gaming bzw. an die Tests geht, erstmal die Features des UltraGear Gaming Speakers GP9. Der HiFi Quad Digital Analog Converter ES9038 Pro wurde verbaut. Der Lautsprecher verspricht realistischen Surround Sound. Es wurde ein hochwertiges Audio-Interface mit Saber-Chip verbaut. Die Box hat ein integriertes Mikrofon. Es gibt verschiedene Klangmodi, sowie den Support der LG X-Boom-App, mit der sich ein eigener Equalizer einstellen lässt. Der Lautsprecher ist auch für unterwegs geeignet, denn er hat einen integrierten Akku. Der Speaker lässt sich über Bluetooth, USB-C und einen optischen Anschluss verbinden. Das Design ist kompakt und platzsparend und passt unter jeden Bildschirm. Außerdem hat er eine sehr geringe Latenz, was zum Zocken natürlich sehr gut ist. So, jetzt wird gezockt. Ja, nach dem Aufbauen wollte ich natürlich erstmal zocken, um mir einen Ersteindruck zu machen. Das habe ich auch getan. Und was soll ich sagen, der Ersteindruck war überraschenderweise sehr, sehr gut. Ich habe ein sehr breites Soundfeld gehabt. Und außerdem habe ich mir Sorgen um die Bässe gemacht. Das war aber unbegründet, denn die Lautsprecher der Bässe sitzen auf der Rückseite, habe ich ja gezeigt. Und die übertragen den Schall auf die Tischplatte. Und die Tischplatte wiederum gibt die Schwingung an die Hände weiter, sodass man doch ein ganz gutes Körpergefühl für die Bässe bekommt. Was eigentlich sehr angenehm ist. Hat mir doch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Wie so eine Art Shaker, muss man sich das vorstellen. Und die Ortung im Spiel, zumindest das, was ich kurz so angetestet habe, war nicht schlecht. Jetzt will ich aber weitere Tests durchführen. Und genau diese Sachen will ich herausfinden, nämlich wie steht es um die Ortung, wie ist dann später auch die Sprachverständlichkeit mit dem Mikrofon. Und wie ist es, wenn ich einen ganz normalen Kopfhörer an das Gerät anschließe, dann soll es ja auch surroundfähig sein mit dem ganz normalen Kopfhörer. Wie funktioniert das? Fangen wir aber erstmal an mit dem ersten Test, nämlich die Ortung im Surroundfeld. Mein Aufbau ist nach wie vor derselbe. Ich habe hier den Speaker, hier habe ich meinen Bildschirm und ich habe jetzt eine Audiosoftware rausgesucht, die eben surroundfähig ist und im Surroundfeld was abspielen kann. Das ist in diesem Fall Nuendo. Und ich habe mir, weil ich nicht immer nur Schüsse und Krieg darstellen wollte, habe ich mir jetzt einfach mal so einen Scheim, so einen Windspielsound rausgesucht. Und ich kann jetzt später den Klang oder das, was hier audiomäßig wiedergegeben wird, an verschiedene Positionen im Raum sozusagen senden. Wenn ich jetzt eben eine 5.1 Anlage aufgebaut hätte, dann sieht man es ja schon, habe ich hier links, rechten Speaker, einen Center Speaker und eben hinten links und hinten rechts und eben die Bässe für LFE. Und das kann ich natürlich jetzt auch im Raum rumführen, um so einen Surround-Eindruck zu simulieren. Dieser Test ist natürlich subjektiv. Ich kann euch das weder jetzt über dieses Video transportieren, ich habe jetzt auch hier kein Clip, kein Export der Surround-Files, dass ihr das bräuchte, das gibt auch wenig Sinn. Ich gebe jetzt einfach das wieder, wie ich es empfinde, wie meine Ortung ist und ich bin gespannt. Lass uns einfach anfangen. Ich mache es mal schön laut, dass ihr auch wirklich, damit ich auch höre, was abgeht. Ich habe hier auf jeden Fall einen breiten Eindruck. Also das Hörgefühl beschränkt sich nicht nur auf den Center Speaker, sondern ist breiter. Definitiv. Ich habe die Einstellung First Person Shooter. Ich gehe mal auf Realtime Strategy. Es ist auf jeden Fall noch breiter. Ich habe das Gefühl, dass hinter mir mehr passiert. Okay. Okay, First-Person-Shooter und Realtime-Strategy unterscheiden sich meiner Meinung nach nach dem ersten Hören, ohne ein großartiges Spielerlebnis jetzt durchgeführt zu haben, dadurch, dass First-Person-Shooter etwa ein etwas schmaleres Bild abbildet, also einen, ja, wie soll ich das sagen, einen etwas schmaleren Höreindruck abbildet, sozusagen, dafür aber mittiger ist und, glaube ich, in der Wahrnehmung präziser arbeitet. Das kam mir so vor, während Realtime-Strategy ein größeres Bild abgibt, einen größeren Höreindruck abgibt und dadurch aber nicht so ganz definiert klingt. Das liegt aber natürlich auch am Equalizer, da meine ich jetzt nicht unbedingt die Definition im Hörfeld, sondern der Equalizer beim First-Person-Shooter scheint mittiger zu sein, wahrscheinlich, damit man Steps besser orten kann oder Schüsse in der Distanz. Ich glaube, das ergibt schon Sinn. Jetzt werde ich mal beim First-Person-Shooter bleiben, weil meiner Meinung nach ist es da am wichtigsten, dass man eben die Ortung präzise hat und werde dann hier mit der Software eben versuchen, die Ortung rauszufinden, wo, ne, was höre ich. Ich fange links an. Okay, die ist für euch natürlich super banal, weil es wird einfach nicht bei euch ankommen, das, was ich jetzt hier mache. Das Feld für mich geht, zumindest mit diesen Klängen, ja, schon von diesem Halbkreis, würde ich sagen, befinde ich mich, ja. Also wenn man so ein Dreieck vor mir sich denkt, dann ist hier auf jeden Fall mein Hörbereich und der ist auch schon relativ breit ausgefüllt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ganz nach links gehe, kann ich es auch da orten. Funktioniert. Und in diesem Bereich ist alles relativ präzise, würde ich sagen. Also das geht schon ziemlich deckungsgleich mit dem, was ich auf dem Bildschirm sehe, wie auch mein Hero-Eindruck hier im echten Leben sozusagen ist. Das überträgt sich sehr gut. Auf der Rückseite, zumindest mit dem Sound, das ich mir ausgesucht habe, habe ich nicht so präzise orten können, was passiert, muss ich ehrlich sagen. Ich nehme wahr, dass hinter mir etwas ist und das ist schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Ich weiß, dass man durch verschiedene Algorithmen, durch Auslöschung, durch Frequenzstaffelungen, durch den Einsatz von Equalizern natürlich den Höreindruck von hinten suggerieren kann. Auch mal als Tipp, ihr könnt auch mal bei YouTube nach Barbershop suchen. Setzt euch Kopfhörer auf, gebt Barbershop ein und dann habt ihr auch den Eindruck durch diesen binauralen Effekt, dass jemand euch die Haare schneidet, wirklich am Hinterkopf. Es funktioniert tatsächlich. Das geht natürlich auch mit einer Soundbar-Konstruktion, wie bei diesem Speaker. Das ist nach wie vor für mich immer sehr absurd, wenn das funktioniert. Aber es funktioniert. Nur, die Ortung ist meiner Meinung nach im vorderen Bereich präziser. Ich werde jetzt mal den Modus wechseln auf Realtime Strategy. Oh ja. Ja, ja, ja. Haha, geil. Okay, das ist ein Augenöffner. Das ist wirklich ein... Ja, oder ein Ohrenöffner. Hier ist es wirklich so in diesem Modus. Realtime Strategy, das ist ja... Also es ist wirklich so, dass ich ein viel breiteres Bild bekomme. Und damit meine ich immer den Höreindruck. Und hier ist meiner Meinung nach auch die... Ja, die Ortung oder die Ortungsmöglichkeit im Hörfeld, in diesem 360-Grad-Ball, besser sozusagen. Also hier habe ich eher das Gefühl, dass von hinten was passiert. Das müsste man jetzt nochmal in den Spielen sozusagen herausfinden. Wie verhält es sich da? Warum ist First-Person-Shooter denn für mich wirklich besser bei First-Person-Shootern? Ich denke, es hat das mit den Equalizern zu tun und also mit der Einstellung, wie eben Steps und Schüsse wiedergegeben werden. Und vielleicht ist es dann wirklich ganz gut, wenn das Soundfeld nicht so super breit ist. Aber dieser Realtime Strategy Mode macht es doch schon sehr deutlich ortbar hinter einem. Und das ist sehr beeindruckend. Und das hätte ich für diese kompakte Bauweise nicht erwartet. Funktioniert auf jeden Fall. Dieser Test ist für diese Bauform auf jeden Fall bestanden. Was ich dazu sagen möchte, ist noch folgendes. Selbstverständlich wäre ein 5.1-Surround-System hochwertiger und besser in der Darstellung der Sounds. Ist klar, wenn hinter mir ein Lautsprecher steht, dann muss das nicht mit einem Algorithmus erst produziert werden. Denn ich kriege ja allein durch die Laufzeitunterschiede der verschiedenen Lautsprecher die Signale unterschiedlich an mein Gehör. Und durch den Aufbau des Ohres sozusagen, habe ich schon diese Hörunterschiede, diese Laufzeitunterschiede und weiß, okay, ist es hinter mir was los. Und das merkt man natürlich auch, jeder Mensch kann, also wenn er dann zwei intakte Ohren hat, wird hören, dass hinter einem was passiert. Und deswegen natürlich Lautsprecher die bessere Wahl, wenn man den Platz und wenn man da Bock drauf hat. Aber ich bin trotzdem sehr begeistert dafür, dass ich ein kompaktes System habe, was nicht viel Platz einnimmt, vor mir steht, dass ich dann überhaupt diese Ortbarkeit habe. Wie sich das in den Spielen verhält, warum ich den First-Person-Shooter-Mode habe, der mir suggeriert, okay, nimm das bitte, wenn du Shooter spielst. Und hier hast du den Mode Realtime-Strategy. Oder eben wahrscheinlich so ein Movie-Mode oder sowas. Ähm, das müsste ich dann nochmal im Spiel testen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das jetzt schon gut funktioniert. Ich werde in weitere Stunden nochmal was zocken. Wir werden auch ein zweites Video dazu machen, das werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken, wo es eigentlich nur darum geht, dass Spiele gespielt werden. Ähm, ja, und dann werde ich mir eine Meinung machen können. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Jetzt hat diese Box, dieser Lautsprecher, aber auch die Möglichkeit, dass ich einen ganz normalen Kopfhörer anschließen kann. Und dieser Kopfhörer ist dann auf einmal DTS-Surround-fähig. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Also geht's weiter mit Test Nummer 2. Normalen Kopfhörer an den Speaker anschließen, in der Hoffnung, man hat Surround. Okay, easy, Test Nummer 2. Ähm, kommt hier einfach angeschlossen an den Headset-Eingang. Jetzt sollte ich nicht mehr die Box hören. Muss aktiviert sein. Ist aktiviert, jetzt sollte ich nicht mehr die Box hören, ist das korrekt? So, ist ein ganz normaler Kopfhörer. Mein Mixing-Kopfhörer, ein bisschen abgerockt, aber passt ja. Ich höre was. Okay, das kann ich sehr schnell beantworten oder bejahen. Es funktioniert. So, es funktioniert wirklich mit einem ganz normalen Kopfhörer. Klar, wenn ihr jetzt einen Billo 2 Euro Kopfhörer nehmt, so ein In-Ear-Ding, dann wird es schlechter klingen, als wenn man einen hochwertigen Kopfhörer nutzt. Aber der Höreindruck ist auf jeden Fall da. Also ich habe ein Surround-Gefühl. Und das finde ich anhand dieser Soundkarte, die da drin ist, schon sehr beeindruckend. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein richtig cooles Feature, weil ich jetzt eben doch easy zwischen Kopfhörer und Soundbar bzw. Speaker eben hin- und herschalten kann. Und dafür habe ich einfach diesen Knopf. Perfekt. Da brauche ich jetzt gar nicht viele Worte drüber verlieren. Das funktioniert auf jeden Fall mit dem Kopfhörer. Das finde ich ziemlich krass, ziemlich beeindruckend. Und ich mag es, dass ich nicht alles wieder ausstöpseln muss, irgendwo hingehen, legen muss und so. Ich habe diesen Knopf, mache es an und aus und schon kann ich easy auf den Kopfhörer switchen. Oder wenn ich keinen Bock mehr auf den Kopfhörer habe, bin ich wieder beim Lautsprecher. Das funktioniert gut. Schneller Test war eindeutig. So, beim dritten Test geht es mir vor allen Dingen darum, wie ist die Sprachverständlichkeit mit dem integrierten Mikrofon des LG GP9 Speakers. Und damit es realistisch ist, habe ich im Hintergrund schon ein Spiel geöffnet. Da läuft gerade die Menümusik. Ich werde den Speaker relativ laut stellen und dann eben das Mikrofon aufzeichnen. Das hören wir uns gemeinsam an und schauen mal, wie sind die Übersprechungen, wie ist die Sprachverständlichkeit. Das sollte dann auf jeden Fall Aufschluss geben. Achtung und wichtig, das Mikrofon ist erst aktiviert, wenn es hier oben grün leuchtet. Dann ist das Mikrofon eingeschaltet. Ich werde jetzt die Aufnahme starten und mal aufdrehen. Dann hört man die Menümusik. Und ich sehe schon in der Software, dass tatsächlich die Menümusik gar nicht aufgezeichnet wird. Das ist verrückt. Das macht es nur lauter. Ich sehe schon in der Software, dass tatsächlich die Menümusik gar nicht aufgezeichnet wird. Das ist verrückt. Ich mache es nur lauter. Menü kommt nicht drauf, aber meine Sprache ist auf jeden Fall da. Hallo, check, check, test, test. Könnt ihr mich hören? Ich bin gespannt, wie es anhören wird. Es ist nicht schlecht. Tatsächlich, die Lautstärke hier im Raum war relativ hoch. Trotzdem ist meine Sprache klar und verständlich übertragen worden. Und ich würde mal sagen, im Vergleich zu einem Headset-Sound, zu einem anderen Headset-Sound, Gaming-Sound, ist die Sprachverständlichkeit auch sehr, sehr gut. Und es gibt überhaupt gar keine Probleme und kann auf jeden Fall konkurrieren. Ob ich damit jetzt einen Stream machen würde? Na, als audiophiler Mensch würde ich sagen, da reicht es mir nicht. Aber zum Zocken mit anderen Leuten finde ich es auf jeden Fall vollkommen in Ordnung und es funktioniert. So, ihr Lieben, die Tests sind durch. Ich habe nochmal eine Menge gezockt und daher glaube ich, dass ich in der Lage bin, mir ein Urteil über den LG GP9 Gaming-Speaker zu erlauben. Und das werde ich jetzt auch tun. Dazu muss ich nochmal sagen, dass ich anfangs wirklich skeptisch war. Denn für mich gehört Gaming und ein Lautsprecher nicht sofort zusammen. Daher musste mich das Gerät überzeugen. Und auch für den Preis von ca. 500 Euro erwartet man Gegenwert. Und den bekommt man. Denn die Surround-Darstellung hat wirklich gut funktioniert. Auch in Anbetracht an die kompakte Bauweise. Die Ortung war sehr gut. Ich mag das Feature, dass ich einen eigenen Equalizer definieren kann. Und meine eigenen Präferenzen so herausstellen kann. Das ist auf jeden Fall cool. Das integrierte Mikrofon hat gut funktioniert. Die Stimme wurde klar und verzerrungsfrei wiedergegeben. Auch bei hohen Lautstärken, die aus dem Lautsprecher rausgegangen sind, war das kein Problem. Auch in Anbetracht natürlich an andere Gaming-Headsets braucht sich dieses Teil wirklich nicht verstecken. Es hat eine sehr gute Qualität gehabt. Und natürlich das Feature, dass ich normale Kopfhörer anschließen kann, die dann auf einmal DTS-X fähig sind, mag ich sehr. Dann kann ich mit dem Knopfdruck hier hin und her switchen und brauche nicht extra ein Kabel umstöpseln oder so. Das ist cool, das funktioniert. Das Feature, dass ich hier eine Bluetooth-Box habe, eine transportable Bluetooth-Box habe, das brauche ich nicht unbedingt. Das passt meiner Meinung nach auch gar nicht so rein. Aber okay, ich kann sie mitnehmen und habe überall nochmal einen Bluetooth-Lautsprecher. Why not? Ist ja auch erstmal nicht schlecht. Das heißt, ich habe gar nicht so viel negativ zu berichten aus, dass es ein hochpreisiges Gerät ist, wo man sich überlegen muss, okay, ist es mir das wert? Aber für Leute, die mit Kopfhörern Probleme haben, die davon genervt sind, ist es eine echte Alternative. Krass. Hat mich auf jeden Fall überrascht. So, ihr Lieben, das war mein Review-Video zum LG GP9 Gaming Speaker. Ich hoffe, euch hat meine Darstellung gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und mich würde interessieren, was haltet ihr denn von Gaming Speaker? Ist das was für euch? Lautsprecher am Gaming oder eher nicht? Wie macht ihr das? Schreibt was in die Kommentare. Dann möchte ich nochmal den Querverweis geben, dass es ein weiteres Video gibt, wo ich viel mehr gezockt habe auf dieser Box. Ist in der Videobeschreibung, schaut euch das an. Und zuletzt möchte ich noch einmal sagen, danke an LG, dass ich sowas machen darf. Macht auf jeden Fall viel Freude. Und dementsprechend ist, glaube ich, alles gesagt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Bis dahin, euer Krogi.